Äh, äh, der rennt schon, okay, okay, alles klar, der rennt schon los. Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Spielmodus in GTA Online. Lange nicht gezockt, ich weiß, es ist lange her. Aber ich hab mal irgendwie Bock bekommen und das hab ich hier schon, da zocke ich ja hier schon einiger Zeit. Digga, wo rennt der denn hin, Alter? Wir müssen da die Scheiße einnehmen. Oh, da muss los, Alter. Hallöchen! Ja, müssen die die Punkte hier einnehmen, da kommt noch einer, wa? Oh, oh Gott, oh Gott, okay, ich hab ihn. Wir müssen hier die Punkte einnehmen. So, den Heik auch, da ist noch einer. Ja, lädt der nach in dem Moment, natürlich, ist klar. Was macht denn mein Teamkollege, wo rennt der hin? Junge, wo rennt denn der Spasti hin? Ist jetzt nicht sein Ernst, Alter. Bruder, der nimmt sich einen Hubschrauber. Junge, du sollst diese Scheißpunkte hier einnehmen. Frag mir wirklich, wo der hinrennt. Naja, wir verlieren eh, wir haben doch nicht mal einen Punkt, ne? Jetzt komm ich hier näher hin, oder wat? Wat ist das denn, jetzt komm ich hier näher hin? Oh, jetzt guckt der diesen kleinen Nigger an. Das killt der natürlich alle, ja, aber das bringt nix. Ja, das bringt überhaupt nix, ja, gut. Jetzt bin ich hier. So, nimm einen. Halt mir mal Rückendeckung. Warte mal, wenn der mir jetzt deckt, dann ist es gut. Wer ist denn hier überhaupt alle drin? Weil, es gibt hier doppelt, dreifach übrigens, dreifach RP, das hier. Jetzt lädt der nach, ist klar. Jetzt lädt der nach. Alter, war das knapp. In dem Moment hat der nachgeladen. Alter, wer hat mir da jetzt Punkt A geklaut? Geht zu Punkt C, oder? Naja, wo sind eigentlich die Gegner alle hin? Hier ist keiner. Ich bin hier komplett alleine. So, Punkt C erobert. Jetzt verstehe ich das, Alter. Pass mal auf, der ballert jetzt alle von oben ab. Und ich nehme hier die Punkte ein. Ich bin hier der Bleppo, weißt du? Ich bin hier der Depp, der ja alle Punkte einnimmt. Digga, wo kam der denn her, lol? Richtiger Wichser. Ach, Kollege, Junge. Ich nehme jetzt das Ding hier. Ah, da kommen sie schon, da kommen sie schon, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Damit hat er jetzt nicht gerechnet mit seiner Schwuchtelrolle. Kommt da bei mir näher an. Okay, das war Reaktion. Das lobst du ja nicht. Ich habe mich so erschrocken vor den Typen eben. Okay, dann nehmen wir jetzt Punkt A ein. Piss dich, du Hurensohn, Alter. Natürlich, jetzt macht er das. Jetzt macht er das. Das ist ein Wichser. Stirb doch. Natürlich. Ist klar. Ich bin aber zweiter Platz mit meinem Team, oder? Team 0? Ach nee, Team 1 ist roh. Die machen ja gar nichts. Sind die AFK, oder was? Sind die AFK? Ja, erheb mir mal die Waffe hier. Ein bisschen besser hier, die Waffe. So. Gucken. Hab ich den? Hab ich den? Jo. Der nehme jetzt zu A. Nein, 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 nein. Wo kommt der denn her? Ich kriege ihn nicht. Okay. Ja, jetzt liegt er nach. Boah, ey, ist klar. Jetzt hat er nachgeladen. Wolle ich schon wieder rum, ja. Hat der seinen Hubschrauber jetzt verloren? Den wird wohl einer abgefetzt haben. Als ob zwei Leute diesen Typen nicht. Jetzt macht ein anderer, der. Ist klar, ne? Boah, den habe ich in die Fresse herhauen. Alter. Hauli, mauli, Junge. Digga, das ist sowas von assi einfach. Der Typ soll mir doch mal jetzt... Guck dir den Wichser einmal um. Ach, scheiße. Ich habe keine Panzerfaust mehr. Das ist natürlich scheiße. Ja, aber... Ich kann es ja versuchen. Mal gucken. Ob der trifft. Ich habe natürlich keine Daten, ne? Ich habe natürlich keine anderen Waffen. Das ist scheiße. Der braucht paar Schüsse, dann bin ich weg. Den kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Fuck, 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 fuck. Ja, genau. Genau, ist klar, ist klar. Ah, ja. Alter, warte mal. Geh mal da hin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich da eine Handgranate hingeworfen habe. Das hat er nicht mitgekriegt. So, ich habe aber leider kaum noch einen Bunni hier. Nur noch die scheiß Wichspistole hier. Boah, ist das ein Bastard mit seinen Scheißflugzeug da oben, mit seinen Hubschrauber da. Junge, Alter. Ja, natürlich, ey. So eine Schwuchtel da oben, ey. Wirklich, Alter. Digga, ich habe auch keine Panzerfaust. Die war doch hier irgendwo. Ich habe die doch hier irgendwo aufgesammelt gehabt. Da hinten ist die. Warte mal. Ich mache jetzt eck, eck, eck. Das reicht mir jetzt, also. Der Maik muss, da ist ein Gegner. Scheiße. Ja, mein Typ verreckt da eh. Wetten. Oh, er hat ihn doch gekriegt. Warte mal, jetzt schnappe ich mir das Ding hier. Aber jetzt ist er tot, ne? Ach, den haben sie schon. Jetzt habe ich, jetzt, wo ich die Panzerfaust mit Mühe geholt habe. Ist er weg. Ja, wir haben eh, naja, jetzt kommen, sind wir halt zweiter. Ist halt so. Scheiße, natürlich, klar. Oh, wie sieht der mich denn? Da war doch alles voll mit Nebel. Also, ich habe den Typen da hinten da nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen, also. Wie gesagt. Warte mal. War hier. Hier war das irgendwie. Oh, war das? Oh, den habe ich, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Panzerfaust ist ja schon... Jetzt hat mein Typ wieder, äh... Den Hubschrauber. Wo kriegen die denn den? Sag mal, wo ist der denn? Wo kriegen sie denn den Hubschrauber her? Sag mal. Da fährt einer mit Motorrad. Ich finde den ganz lustig, den Spielmodus. Ich bin ja so ein Deathmatch-Kumpel. Also wie gesagt, ich liebe Deathmatch. Macht ja auch Spaß, aber manchmal hast du so eine Assis einfach drin. Ich habe schon einen Runden gehabt, da habe ich richtig rumgebrüllt, Junge. Das wollte er näher leben. Passiert bestimmt auch noch. Da hinten ist die Drecksau. Da hinten ist einer. Muni alle? Scheiße. Habe ich den? Habe ich den? Habe ich den? Ja, okay. Wo ist der Wichser? Da ist eine Waffe um. Scheiße, ist mir zu spät jetzt. Was macht denn der Typ? Warum hat denn er seine Waffe hochgehalten? Oh, mein Headset, Alter. Meine Güte. Nee, ey. Ja, 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 ist klar, ist klar, ist klar, ja, ja, genau. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich genauso. Scheiße, Mann, ich brauche mal wieder eine vernünftige Waffe hier. Ja, wow, hat gerade 25 Stück. Der Typ da, der Typ da, der Typ da, Mann, was macht denn der? Oh, dann schieß halt. Mann, jetzt lädt er nach. Was macht der denn? Ich habe keine Muni mehr für meine Waffe. Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche eine neue Waffe. Da, 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 nimm die, nimm die, nimm die. Karabiner. Karabiner, Karabiner. Oh, ist der dumm. Ist der dumm. Ist der dumm. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, jetzt kommt mein Retter hier, oder was? Jetzt lädt er nach, Alter. Ich hasse das. Wenn der nachlädt, hasse ich das. Ich sollte hier nicht so rumschreien. Jetzt kommen die von unten hoch. Ist hier noch nie, also, ist hier noch nie passiert, aber... Oh, die Schwuchtel. Ja, wie macht der das, dieser... Ekelhaft, diese Fotzer, Alter. Wir hatten meinen Teamkollege verliebt gegen den jetzt genauso. Na, die haben eh gewonnen. Guck mal, die kriegen ja eh nicht mehr mit ihrer Punktzahl, Alter. Wo ist die Schwuchtel, Alter? Wie hat er gekillt? Ja, spawn direkt hinter mir. Ist klar. Ist klar. Wie unfair. Wie unfair, Alter. Das ist ja wirklich unfair. Ja, natürlich. Kommen die zu zweit, die Hurensöhne. Er ist eh vorbei, die Runde. Naja, was weht, da mein Gott. Gibt's da überhaupt noch doppelt RP? Ich weiß es ja auch nicht. Also, wenn es jetzt kein doppelt RP mehr gibt, dann... Lass ich das. Ich glaube, das gibt ja kein doppelt RP mehr. Äh, dreifach gab es hier. Hier, ja, mit dreifach RP. Am Wochenende. Es ist ja heute Sonntag, aber... Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Doch, ich glaube, doch, doch, doch. Das ist auch mit dreifach. Das sieht man schon. Nein, das ist krass. Das ist jetzt so eine kleine Runde gewesen. Das gibt ja noch riesen Runden. Du kannst bis zu 18.000 Kanzel kriegen, wenn du erst da irgendwo bist. Das ist schon krass. Ich will mal kurz gucken. Ja, okay, das gibt wirklich... Drei... Dreifach RP. Hier, das ist eine geile Map hier. Legend... Square oder wie du teilst. Aber das ist... Oh, nee, nicht die Strandmap, oder? Oh, das ist so eine Kackmap.